In Endergames, genau Leute, also, es ist ja jetzt das neue Outlast DLC draußen, haha, und ich dachte mir so, ich habe ja ganz früher schon mal, ups, ich habe mal auf meinem Bildschirm gespuckt, da toll, ähm, ich hatte ganz früher mal auch schon Outlast gespielt, aber ich habe es aus Versehen gelöscht, ich habe es aus Versehen einfach gelöscht, als ich meinen Computer so, ja, säubern wollte, das hat mich sehr aufgeregt und ich wollte es nicht mehr neu runterladen, weil es hat zu lange gedauert, und ja, und deswegen, werde ich, ähm, jetzt aber das neue Outlast wieder let's playen. Ah yeah! Hey ihr Hüllmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Last Team Standing, im Hintergrund hört ihr einen Behinderten und das ist der Pixel Battle, und, ähm, ich schaue jetzt auf den Survehrer. Behindert. Und du stehst neben mir Hässler und... Was? Du hast eine Tierbrust? Ja, wir haben Luca geklatscht. Ey, lol. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ja, mir ist nämlich etwas schreckliches passiert. Ich bin gestorben und ich weiß nicht warum. Ich habe es gar nicht gebaut. Ja. Und jetzt... Ich habe es gesehen. Du bist einfach so gestorben. Ja, ich habe gar nichts getan. Guck hier. Können wir Dings halt machen? Wie heißt das? Du weißt schon. Ich hauere nicht auf den Namen. Aua. Bist du vergiftet oder so? Kann das sein? Komm, raten. Ja, erst die ganze Zeit... Hier, du weißt schon. Rotten, Fleisch. Ja, 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 ja. Ja, verrottet das Fleisch. Okay, gut. Oh, Hühnchen. Genau, Hühnchen. Ich muss auf jeden Fall jetzt nochmal Diamanten finden. Das ist mein Ziel. Hä? An der Seite steht Kills der Zocker LP1. Okay. Okay. Also, er hat ihn... Also, gab es uns noch gar keine Kills? Wartet, Leute, stellen mir schnell einen Timer auf 15 Minuten. Ja, ich habe auch noch Outer City. Ja. Er hat halt Luca getötet. Okay, okay, okay. Übrigens, es bringt sich nichts, wenn du deine Koordinaten verdeckst, weil man sieht sie sowieso. Und die Leute können ja ruhig kommen, weil ich habe erstens die Koordinaten von ihnen und es sind ja im Prinzip Städte. Es ist ja nicht so wie bei Varro oder so, dass wir uns irgendwo verbunkern müssen, sondern wir können ja eine Stadt weg. Ach, ich bin ja feige, ich habe Angst. Ja. Ah, Spinne. Und wenn sie die Koordinaten möchten, dann guckt einfach bei mir, Leute, dann wisst ihr die Koordinaten. So, wir sind jetzt eben... Du hast den auch immer verdeckt? Ja. Nee, normalerweise hatte ich die in der letzten Folge, wo ich ohne Facecam gemacht habe, nicht verdient. Ja, da gut. Ja, was heißt da gut, hör? Das war auch keine normale Folge. War ja auch außergewöhnlich, diese Folge. So, Leute. Ohne Facecam. Ohne Facecam. Ohne Facecam. Ohne Facecam. Wenn ich jetzt nicht sofort Diamanten finde, dann drehe ich mich auf. Ich hatte einfach... Ich habe nicht mal jetzt ein Diamantspiel und wir hatten fast ein Schärfe-3-Spiel, Leute. Ja? Ja, aber fast. Musst du noch ein bisschen erarbeiten? Du lagst bei mir ein bisschen. In Ernst? Ja. Ja, wirklich jetzt. So. So, Leute. Und zwar. Ich wollte, glaube ich, eine Ankündigung machen. Wollte ich das? Heute in Ender... In Ender Games. Genau, Leute. Also. Es ist ja jetzt das neue Outlast-Deal, sie draußen. Haha. Und ich dachte mir so, ich habe ja ganz früher schon mal... Ups, ich habe mal auf mein Bildschirm gespuckt. Na toll. Ähm. Ich hatte ganz früher mal auch schon Outlast gespielt. Zombies. Aber ich habe es aus Versehen gelöscht. Ich habe es aus Versehen einfach gelöscht, als ich meinen Computer so... Aus Versehen. Ja, säubern wollte, das hat mich sehr aufgeregt und ich wollte es nicht mehr neu runterladen, weil es hat zu lange gedauert. Und ja, und deswegen werde ich jetzt aber das neue Outlast wieder let's playen, wenn wir 10 Likes schaffen. Okay, ich dislike er. Okay. Aber dislike er hat nichts damit zu tun, ob andere Leute liken, denn er sei geil. Komm, Leute, geht alle zu Pixelbattler. Der erste Link in der Beschreibung. Und dislike ihn alle, okay? Nein, nein, ich habe genug älter und zwei. Ja, Stripminer ist so spannend. Aber wenigstens haben wir Eisen gefunden, ja? Und Eisen ist auch immer gut. Ich habe gar nichts gefunden. Aber ich trage dir schon viel, äh, Ivan. Ja. Alter. Du hast einen Gierhahn. Ich glaube, ich liege extremst zurück. Ich muss echt ein bisschen wieder vorproduzieren. Beziehungsweise eine Folge, weil, ähm, ich bin ja jetzt derzeit bei Folge 12. Die habe ich gestern hochgeladen, nee, gestern, weil ich hatte gestern eine Upload-Sperre. Das bedeutet, ähm, was bedeutet das denn? Das ich jetzt für den heutigen Tag produziere, dann müsste ich eigentlich auch noch eine für morgen machen. Aber mal gucken, ob sich das alles so ausgeht, weil, ja. Mal gucken. Dafür habe ich, ähm, eine Runde Movie-Review für morgen. Und, ja, mit einem Last Team Standing halt. Und ich möchte eigentlich ja jeden Tag Ender Games bringen, aber es geht halt einfach nicht jeden Tag. Genau. Nee, geht nicht. Sollten einfach mal wieder neue Kids kommen, dann, dann, dann wäre ich dazu gezwungen, es jeden Tag zu machen. Das hört sich jetzt einfach ein bisschen komisch an. Ja, dann, sag mal Bescheid, dass die neue, neue Kids machen sollen. Ja, genau, Leute. Spamt bitte gommahd zu, beziehungsweise nicht ihn, sondern geht auf gommahd.net und schreibt bitte neue Kids her. Ähm, aber ich glaube, die lassen sich da jetzt ein bisschen Zeit. Vielleicht bringen die jedes Monat so fünf Kids raus. Das wäre schon was. Und mein Premium läuft auch bald ab. Ja, richtig, extrem schlimm, also, ähm, ohne Premium kann man auf den Servern nicht spielen. Ist einfach so. Ah, da ist eine, da ist eine Höhle. Aha, geil. Da hat jemand eine Höhle gefunden. Das freut mich. Und hoffentlich sind hier auch irgendwo Diamanten. Oh, da ist ein Huhn. Hi. Hi. Hi, ist es tot? Nein. Du armes Hühnchen. Ja. Der liebe Pixel Battle ist jetzt ja auch im Projekt. Welche Folge bist du überhaupt? Zwei. Zwei? Und ich bin rausgeflogen. Zwei. Ja, weil dein Internet laggt echt ein bisschen. Das hört man, wenn du redest, du hörst dich an wie ein Roboter. Ich bin auch ein. Oh, mein Gott. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du ein echter Roboter bist, denn ich bin voll der Robo-Fan. Ja, Leute, ich spiele einfach mal so privat derzeit noch ein bisschen so Wildstar und World of Warcraft und so. Die Stars, das kennt ihr eh so. Ah ja, stimmt, ich habe noch nie in World of Warcraft angespielt gemacht und das, obwohl ich so ein World of Warcraft-Züchtler bin. Ja. Tut mal leid, Leute. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das wollt. Und wenn nicht, dann lasst es einfach. So. Nee, dann einfach das liken. Nee. Meine Freunde sind nett, die machen sowas nicht. Das sieht geil aus. Oh ja. Ich brenne. Oh nein, ich bin so ein Idiot. Oh man. Also manchmal zweifle ich echt an mir selbst. So, Leute. Ja. Alter, ich verbrenne noch hier. Alter. Gut. Ja, der läuft schon. Ich möchte nicht schon wieder Upload-Sperre haben. So, Leute. Also. Was haltet ihr von Conchita-Wurst? Die hat ja jetzt beim Song-Contest gewonnen. Conchita-Wurst. Ah. Was hier los? Was hier los? Ich muss sagen, ich bin ehrlich gesagt schon froh, dass sie gewonnen hat. Vor allem, weil sie ja Österreich. Ja, ja. Ja, ja. Ja, weil sie Österreich vertreten hat und Österreich gewonnen hat. Und die Deutschen, die werden sich alle aufregen. Aber ganz ehrlich, mir ist es sowas von scheißegal, ob die einen Bart hat, ob das ein R ist, ob der einen Schwanz hat oder nicht. Ich bin eigentlich ein sehr toleranter Mensch, was das angeht. Das ist mir egal. Außer ich habe was gegen den Pixel-Battle. Ich habe gehört, das ist voll das Mega-Arschloch. Gegen den habe ich mega was. Aber so gegen Leute wie Conchita, gut. Das sind halt Leute, die vergisst man nicht so schnell die Frau mit dem Bart. Beziehungsweise der Mann, der eine Frau sein will mit dem Bart. Aber, ja, es ist halt so gewisse Sache. Nee, nee, nix da. Eskalation. Das hast du verdient, ja. Alles, was du im Leben machst, kommt irgendwann zurück. Eskalation. Ey, nein. Ja, eskalier hier. Man merkt, dass der Pixel ein paar Internet-Probleme hat. Und das finde ich toll. So. Zack, 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 zack. Gut, die Lava haben wir somit eingegrenzt. Oh Mann. Nicht so, so. Und jetzt schnell durch hier. Und, ah! Ich brenne schon wieder. Alter, was geht noch los mit mir? Was ist noch los mit mir? Und wie komme ich denn da jetzt wieder hoch? Das ist die Befürchtung, die ich hatte. Aber gut, Leute, dann graben wir uns jetzt einfach so hoch. Mir egal. Mir egal. Haben wir wenigstens eine Fackel? Nee, haben wir natürlich nicht. So. Und hoch da. Das kann jetzt ein bisschen dauern, bis wir da oben sind. Sehr, sehr geil. Auf jeden Fall. Oh, hier ist Eisen. Ich weiß nicht, ob ihr da überhaupt irgendetwas erkennen könnt. Nö, 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 nö. Ähm, bist du ein bisschen laggy. Also ich höre so viele Zombies, Alter. Ich habe echt Panik, weil ich nicht mehr so viel Leben habe. Und ich möchte nicht sterben. So, ich habe schon ein bisschen Hunger. Ich hoffe, Leute, ich bekomme die Folge jetzt noch vor 22 Uhr hochgeladen. Sonst wird es ja so eine Late-Night-Folge. Ich hoffe, euch gefällt es trotzdem. Und ihr findet es nicht so extrem schlimm. Auch wenn... Aber bitte disliket das Video nicht, nur weil der Pixel-Battle dabei ist. Das würde ich echt sehr schade finden. Und vor allem, ähm... Ja, ich habe den Leuten gesagt, die Leute, die mich nicht gucken, bitte, Leute, deabonniert mich. Ich brauche keine inaktiven Abonnenten. Ja, okay, okay. Ich deaboniere dich jetzt. Okay. Gut. Vor allem dein Kommentar so. Ähm, ja, ich kenne das. Aber ich gucke dich immer und dann willst du mich deabonnieren. Was bist du eigentlich für ein Arschloch? Wo bin ich jetzt? Es tut mir leid. Aber ganz ehrlich, was ist das da oben für eine Burg oder für eine Ritterburg oder was soll das sein? Das soll ein Turm werden. Okay. Und GoldblockTV. Der liebe GoldblockTV. Ich weiß, dass du dieses Video hier sehen wirst und ich werde dich töten. Ich werde deine Seele aufschlitzen. Und ich hacke hier gerade mal ein bisschen dein Feld ab. Ich hoffe, das ist okay. Und wenn nicht, dann schreibe es mir einfach. Ja. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, bei wem ihr alles so beim Projekt guckt. Also guckt ihr da beim Pixel Battle. Da wisst ihr jetzt, dass ihr jetzt auch ein Projekt ist. Ich habe das schon mal ewig angekündigt, dass du dabei bist. Und dann hast du ja gesagt, nein, du machst nicht mit, bla bla. Und jetzt machst du doch mit. Es war alles für Tarnung. Also alles geplant. Das war eine Undercover-Aktion. Also das müsst ihr natürlich wissen. Also das ist so. So, super. Ich gucke gerade mal, bei wie vielen Minuten wir sind. Wir sind, okay. Wir haben noch circa drei Minuten. Ja, dann haben wir halt noch zwei Minuten. Das ist mir auch egal. Auf jeden Fall gehe ich jetzt noch schnell die Kartoffeln braten. Wir haben leider keine Diamanten gefunden, Leute. Ich glaube, die Hülle ist einfach leer. Da gibt es keine Dias mehr. Okay, hier ist noch Eisen drin. Hier ist noch eine Goldbahn drin. Haben wir überhaupt schon Äpfel? Ich brauche einen Apfel. Nee, haben wir natürlich nicht. Zack. Das hier kommt da rein. Und verspeise ich hier mein legeres Brot. So. Zack. Ich komme nach Hause. Weißt du, was mich noch immer ein bisschen nervt? Dass die Kisten gelockt sind. Und das Ende-Portail muss ich zubauen. So, zack, zack. Dass da nichts rauskommt. Oh, geil. Das heißt, der Goldblock-TV ist jetzt ein bisschen auf Gefahr. Das heißt, er sollte lieber nicht alleine aufnehmen. Weil die werden ihn wahrscheinlich jetzt jagen. Oh, statt Blau. Ja. 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 Das ist ziemlich... Ja, glaube ich nicht. Doch, denke ich schon. Ja, da ist, glaube ich, eh nur noch einer drinnen in der Stadt. Oh, statt Blau. Ja, glaube ich schon. In Stadt Blau ist doch normalerweise der... Ähm... Der René... Dann... Ja, der lebt wohl noch. Okay. Ja gut, aber der ist schon ganz schön gut ausgerüstet. Na und? Dann komme ich und klatsche. Und dann noch der Joel, oder? Ich... Ich... Ich weiß nicht. Ich kenne den nicht. Ich weiß nicht, was... Ob der da dabei ist. Es ist ein ganz, ganz komischer Typ. Okay. Hör auf zu beleidigen! Spaß. Ähm... So, hier mein Fell ein bisschen wachsen lassen. Yeah. So. Sieht's? Eins, zwei, drei. Perfekt. Dann machen wir uns noch ein Brot. Und dann beende ich die Folge, bevor mein Timer geht. Ähm... Ist das jetzt vier fertig? Was? So. Ich muss noch ganz kurz auf meinen Timer gucken. Okay, 53 Sekunden. Wisst ihr was, Loti? Ich möchte mich überziehen, weil ich habe eh schon teilweise voll mit 28 Minuten gehabt. Deswegen gehe ich jetzt vom Server runter. Und ja, Leute. Wenn's euch gefallen hat, würde ich mich sehr natürlich über eine positive Bewertung freuen, eine konstruktive Kritik in die Kommentare. Dann dieser negative Spaß, der da heute mit mir aufgenommen hat. Ähm, bei dem könnt ihr auch vorbeischauen. Wenn ihr Bock habt auf seine Videos, steht der Link in der Videobeschreibung. Und ja, ich würde sagen, das war's. Nö. Und... Ich würde sagen... Nein. Tschau. Nö.